Lakritze, mach mal auf die 6. Manchmal esse ich gerne Lakritze, manchmal gar nicht. Die Schlümpfe, mhm, 3, 3. Auch wenn sie auf den 10 so kleben und so. Oh, Acola hätte ich auf die 3 machen sollen, das mach ich auf die 4, aber Acola ist auch richtig nice. Ähm, boah, die sind auch geil. Die hätte ich gerne weiter oben, aber die mach ich jetzt auf die 7, sorry. Und, mhm, noch nie probiert, deswegen 8. Aber wie sind die?